Kia ora moin moin herzlich willkommen bei Project Cars Project Cars Bro Warte mal Entschuldigung mit D-R-O Bro Das Project Project Cars Wir spielen heute mit Rettungs Ja mit dem Rettungsdackel und dem Na Easy Racer Ich wollte ja sagen Wir spielen heute den Rettungsdackel Die Strecke hat Speedy ausgesucht Das Auto hab ich ausgesucht Nur falls der gleich wieder Hast du gesehen was für ein Auto? Ich war wieder AFK und hab die zweimal wieder machen lassen Er war wieder auf Klo Kein Renn Kein Renn Nein Ich kenn die Strecke nicht Ich kenn die Strecke nicht Ich kenn das Auto nicht Alter 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 Boah der sieht ja ordentlich Wow 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 was für eine Karte Was ist der Kleene davon? Den gab es doch mal in groß Wow 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 wo je ist das Wow Alter Die Straßen sind überflüssig Ja Die Straßen sind überflüssig Das ist doch Ja Das Gerät ist eh unfahrbar für mich Ja Die Federhunde sind schon krass Ja Das ist Wahnsinn Ach da geht's nicht lang What the fuck Ist doch ich auch mal live Jank Ich hab dir geschrieben du sollst mich mal gewinnen lassen Ja nein Jank Tu es Ah Entschuldigung bitte Ach das war bitte nicht Jank Er ist unmittelbar Er ist unmittelbar Aua Entschuldigung Ja Hat wahrscheinlich auch nen Lenkrad Aber der steht auch und fährt auch nicht weiß Glaube ich auch Was der mit Lenkrad fährt Wer ist noch auf 1? Der ist vom Den hab ich wieder eingeladen Da wollte er nochmal mit spielen Also ich kenn Willow Springs Aber die Strecken ausführlich kenn ich nicht Alter ich tippe nur Ich tippe nur das Gas an Und schon bin ich weg Ich fahr mit 20 Ja der hat einen Turbo Alter Kein Wunder Minimal Er rattert hier erstmal Er spielt hier The Crew Und dann haut erstmal die ganzen orangen Container weg Ja KI fährt einfach mal Über alles drüber Ja Jank ist vorletzter Ja Kommt mir auch nicht mit dem Auto klar Ja Das nächste Auto Und die nächste Rennstrecke Darfst du dir aussuchen Sehr gut Ich denke wir machen jetzt die Folge Noch eine zweite Strecke Ja Ja Ich glaube auch Dann ist er gleich schon vorbei Ich komm mit dieser KI nicht vor Jetzt aber Alter Ich verplan jedes Mal Dass ich hier links ab muss Ey Mal schau das weiter fahren Diese KI Lass mich vorbei Die hält mich voll auf Ich mach mal die Straße sauber Hier liegen nämlich lauter Container rum Wenn ich nicht so weiter fahre dann überrundet ihr mich Hey Wollte ich nicht machen Ich fahre dann langsam runter dir her und schieb dich Geht heftiges Duell mit dem Bitter hier vorne Warte ab ich will Ich rück mich da jetzt rein Ne Wir haben nämlich James Bond Autos Wir haben Spikes und Öl auf die Straße gekippt Ja Dieser Scheiß kann ich Wir hatten schon in der dritten Runde Ja Ja Wow Das ist eklig Das ist eklig Ich sorry dass ich gerade so wenig erzähle aber ich konzentriere mich hier gerade extrem Hat die Zahlung Hat die Zahlung an Slidy Match sowas gebracht Entschuldigung 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 Also Bremsen hat der ja das ist brachial Ja Auch die Beschleunigung Ja das darf ich nicht ganz durchdrücken Boah Das darfst du im Allgemeinen Ich darf das auch nicht Ich spiel hier wirklich mit dem Gas Und der Bitter ist weg Schade Ich spiel hier mit dem Gas Du darfst den nicht durchdrücken Überhaupt nicht Weil der Boah Alter Weil der sofort anfängt zu schlenkern Also wirklich Die Karren war auf einer richtigen Strecke Das wäre bestimmt geil So Monster oder so Oder Weck Wir können ja gleich nochmal Aber dann gab es ja noch eine Stufe stärker Den können wir ja mal irgendwie auf Monza oder so fahren Können wir mal machen Ja Auf dem F1 glaube ich noch Dieses Weltmeisterauto Oder was F1 halt Ja Ja Das ist ja auch F1 noch Das ist ja aber halt Sehr älter Obwohl die alten ja eh krasser waren Ja Allein das ist ja schon mega geil Boah Aber Die Teilgetreute Die Dachgebildet haben hinten Wenn du das siehst Mit der Federung und alles Das ist Wahnsinn Das haben die so toll gemacht Also das ist wirklich Daumen hoch Muss ich ganz ehrlich sagen Das hat keinen Das hat keiner so hingefügt finde ich Glaube ich Also Das heißt ja das Forza noch besser sein soll aber Das müsste da easy sein Wenn das 6 da jetzt rauskommt Wenn was rauskommt? Das ist Forza 6 Motorsport Das kommt ja jetzt erst noch 6 schon? Ja Krass Horizon 2 war ja das letzte Ups gibt es dann auch Multiplayer Ja Ja Dann wissen wir ja was wir dann auch noch spielen Ja Aber das gibt es nur für Xbox One Ja ja ich hab mir ja eine bestellt Echt? Na ja Danke mal Hast du nicht gelesen? Ist gut Hä? Schon groß rumsauern Ja Nichts gut dürfen Ne ich hab nur gesagt Naja hab ich mir jetzt eine Exposion gestellt Ja hab ich Ne hab ich nicht Keiner wusste ob ich es hatte oder nicht Ne war gleich dass du das gemacht hast Ja aber ich hab's ja noch nicht bezahlt Was hast du für Spiele geholt? Ähm Halo Ah ok Und dann eben das irgendeinen Forza werde ich mir noch holen Also Horizon Horizon 2 ist eigentlich relativ cool Das ist das was du spielst oder? Ja Und dann Ah Dann gibt es dann Ah der hat mich kurz vom Ziel Wollte mich da wegschicken Dann gibt es dann noch einen Forza Ja 5 Ach so Das ist dann aber so Rennstrecken mäßig So wie das hier Ja genau Mal schauen Das ist halt mehr Arcade so The Crew like Ja die sind ja im Moment ja auch schon eine Weile draußen Die wird es dann wahrscheinlich auch billiger geben Ja ja aber klar Oder ich warte eben bis Forza 6 oder so Weil wenn dann jetzt noch F1 und Und sonst Ja ja Das ist Habe ich so viel Rennspiele oder kann ich an Rennspielkanten aufmachen? Also Project Cars wird bei mir voraussichtlich auch nur bis November gehen bis Bing rauskommt Ja aber das ist ja noch ein paar Monate hin Ja ja schon Ja Weiß gar nicht ob es bei mir so lange geht Ich bin übrigens im Ziel Ich habe gewonnen Also bis Need for Speed kommt spiele ich auf jeden Fall noch Denke ich mal Alter kranke Kiste auf jeden Fall Ja Ja Wie gesagt den ganzen noch eine Stufe kranker Und wo Ja wo Monza jetzt Monza mit dem Stufe stärker? Ja Welche Die erste Ohne die erste Schikane Ne die gibt es glaube ich nicht Ja Das ist die ganz alte Ja da kommt dann wieder der Profi Ja das ist Aber wenn du einmal vor und eins schaust Naja Ja Ich bin Ja dann haben sie das entschärft Weil da sind so viele abgeflogen und umgekommen dann in der Kurve Monza wir haben Monza Kurz Weil du kommst dann mit 400 an oder was und dann Wir haben Monza GP und Monza Kurz Monza GP Ja wir haben Monza GP Ja Mit dem äh dem hier Ja genau Oder mit dem hier Oder mit dem hier Ich würde den anderen nehmen glaube ich Ja Und dann hätte ich noch den hier Nee Der andere ist äh schneller Also krasser Der 72D der hier Ja 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 Okay Jank will schon wieder Andere Gut Ich bevor ja Wir machen einfach mal Start Jank will schon wieder wechseln haben Aber Samberg voll Ich war in Grinz 10 Minuten Ah echt ernsthaft? Fuck Entschuldigung Ja geht heute 8 Minuten mein Gott Ja entschuldigung Es tut mir so leid Schlagt mich Redet mich Ich kenne mich immer leid Gib mir Tiernamen Ich hab's Ich hab's vor allem extra noch gesagt So Ja ich weiß Du Hermelin Egal Hermelin sag mal Wie bist du denn drauf? Ja was denn? Ernsthaft? Und wir haben fünf Runden oder? Ja 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 Stimm Ja 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 ist nicht schlimm machen wir eine lange Abschlussrunde für diese Aufnahmesession Das ist relativ lang die Strecke Ach du kacke die Lackierungen Ach du kacke die Lackierungen Die originale Mann Das war so'n weißen Quatsch hier Ich hab ne Orangen Boah Und irgendeiner geht grad schon wieder Ach das ist der Young Wow 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 Was ist denn das für ne Krache Alter Ich komm gar nicht Ich lenke vor Alter Was ist das? Der Lackierungen ist schön hier vor mir Ja der Lackierungen ist schön Das Auto ist scheiße Alter Alter Ich lass mal den Young vorbei Alter wenn du einmal denkst dann bist du sofort weg Ja ja Alter runter scheiß Tadau 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 Ja Nein Wenn du einmal zu viel Gas gibst Ja Alter Boah Alter selbst im dritten Gang HALTER Ich hab den dritten Gang ABER Ich bin weg von der ersten Oh Boah Boah Ja mal so schnell Ja 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 Bitte Ja ja Boah ist das heftig Warum haben wir alle Autos mal deutsch probiert? Aber die Kiste toppen Boah Kaukt mir in die Kiste Da musst du noch richtig fahren können Warte Jan kommt damit auch nicht zurecht Der hat auch echt Probleme hinter mir gerade Oder er hat Also wirklich? Ja 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 Das Problem ist wenn du aus der Boxe raus gibst Gibst du gleich Vollgas und dann hast du gleich was raus Ja Dann musst du echt langsam ran Ich bin gespannt Was der Top Speed schafft Weil Weiß ich jetzt gerade Ja obwohl Was ist Top Speed? Obenrum putter sich schwer finde ich Ja 250 schafft er Ja Ja 53 hab ich jetzt geschafft auf der letzten Warte mal ich hab 2 2 3 4 2 2...52 hatte ich glaube gerade auch. Man muss sich abgrenzen wegen Kurve. Weil da wäre noch ein bisschen was gegangen. Ja, ich dachte ja. Ich wollte nicht in die Kurve fahren. Ach so nicht. Oh, ey, eine kleine Bodenwelle und es zerreißt sofort nach rechts. Boah, ich kriege die Karre nicht da in den Knüssen. So, jetzt schauen wir mal, was da so drin ist. Wer ist denn da gerade aus der Box gekommen? Hallo? Ich bin jetzt gerade. Bei einer schnellen Runde. Wo bremsen wir? Der hat 50er-Shield. Boah, ganz viel zu cool. Hinter mir. Boah. Ich bin ganz vorne eigentlich. Alter, der hat es mich gerade richtig weggefegt. Irgendwann fährt er vorbei, fahr vorbei. Nein. Scheiße. Ach, das warst du hinter mir gerade? Nee, ach so. Ich bin das gewesen. Ach so, ich bin extra links gefahren, um dich vorbeizulassen. Ja, das glaube ich. Ich hasse diese erste Kurve. Aber stimmt, wenn man den Wagen ein bisschen gefahren hat, dann ist es besser am Club. Also, ich denke mal, wenn du da viel mit fährst... Alter, der Gang springt hier über den Curve. Aber es geht schon. Man kann mit dem fahren. Ja, ja. Ohne Traktionskontrolle. Geht's. Aber sehr feinfühlig mit dem Finger oder nach dem. Schön, dass die KI auf ersten Platz ist. Das sollte sich dann aufs Hochschal... Dumm. Yo, geil. Wer ist da gerade hinter mir? In der einen Schikane, kurz vor T2? Ihr könnt ja mit L1 und E1 manuell schalten, oder? Oh, nice. Also, ja, dann schaltet der. Stimmt. Kann man so fahren, so wie sie fahren? Ja, ich mag's auch fahren. Woah, der Jagd hat aber genauso scheiße wie ich. Woah, scheiße, ich komm ganz was die Strahle drauf. Die K.E. hat so schnell eine Runde gefahren, super, wenn nicht es einer. Ah, ich krieg keine, glaub ich. Ich muss mal versuchen, eine werde ich noch hinbekommen. Ja, okay, schon jetzt. Ich brauch nur ein bisschen Platz. Ich fahr jetzt auf die Strahlein, wer ist hinter mir? Irgendeiner ist hinter mir. Über die Sprung sind jetzt gegangen. Okay, ich bin K.E. nicht unter Kontrolle. 253, 54, 55, 56, 60. Aber dann muss ich für die Schikane abbremsen. Jetzt bin ich nicht mehr unter Kontrolle. Jetzt fehlt mir hier natürlich die komplette Speed. Aber ich hab jetzt auf dem Startziel, hatte ich ihn jetzt auf knapp 260. Ich hab gedacht, dass der mehr geht. Ja, da wäre noch mehr gegangen, aber ich musste ihn abbremsen wegen der Schikane. Ah, trotzdem. So wie der unten rausschießt. Geht mehr. Ja. Aber gut, das war ja für damals, war das wahrscheinlich schon... Ja. Ja, das war schnell. Das war praktisch. Yank hat... Nein, diese fangen gegen erste und zweite Kurve hier. Diese langgezogenen rechts, die ist hier. Ich überlege, so die alten Silberpfeile oder so. Das wäre cool, wenn sie hier reinfetschen würden. Oh ja, klar. Flügeltüre oder so. 300er SL. Naja. Ja. Fahr... Ich häng an der Wand. Toll. So eine Karre haben sie ja vor ein paar Wochen hier auf der Autobahn auf der A65 zerstotet, gell? So ein 300er SL. Ne, ein Unfall gehabt. Aber es war wohl nur eine Replika. Es war wohl kein Originaler. Es war wohl kein Originaler. Es war wohl kein Originaler. Ich hab nur die Fotos gesehen. Ich denke mal, dass es Toffs aus einer Replika war. Bei uns hat der 30er WMW-Erlkönig kaputt geschossen. Ja, ich hab's gesehen. Gegen Polenwagen, ja. Mit ZEI-Wagen, Entschuldigung. Ja. Die spielen ja nicht GTA. Gegen Flügeltzei-Wagen. Haben sie auch gleich zugedeckt. Ja. Was waren das für Modelle? Weiß nicht. Dein Asi war's auch nicht. Wirklich bin ich gar nicht drin in der Materie. So, ich hab eine Runde. Zweiter Platz, super. Hast mich recht hoch. Scheiße. Bist du Dritter? Ja. Wir kommen eine hin jetzt. Aber die muss jetzt passen. Ja, dir gönne ich das auch. Die sitzen jetzt. Ne, jetzt ist es vorbei. Scheiße. Ach, Mann. Ich dachte, ich krieg das mal hin. Aber nein. Oh, jetzt ist meine Hasskurve hier. Mal probieren kriegen. Ganz vorsichtig. Ah, nein, schon wieder rot. Alter Schwede, ey. Guck, ich, ich, ich bin nur ganz leicht auf Gas, ey. Du musst den wirklich da durch die Kurve treiben lassen. Welche Kurve denn? Die rechts, die lange rechts. Ja. Vor der Schikane dann. Ne. Die zweite ist das. Die geht eigentlich noch. Ne. Ich bin ohne Traktionsgutrolle. Da darfst du. Ich guck mal, bis zu dem Easy zu. Boah. Wie hast du es eigentlich geschafft, eine 1,60 Zeit zu fahren? Bei mir kommen dann mal zwei Minuten, also. Was ist 1,60? Hat der Dritter eigentlich gesagt? 1,60 hat er gefahren. Was? Was? Wer? Ja. Wie gesagt. Quatsch. 1,60. Wahrscheinlich nur irgendwie die ersten zwei Abschnitte zusammen oder so. Alter. Auf 1 ist auf jeden Fall KI. Wisi, wo fährst du denn lang? Auf Abwägen. Du bist doch der Einzel, der noch fährt. Ach ne, Yank fährt noch. Komm schon, Yank. Ja, die KI fährt auch noch. Das bringt auch für mich eigentlich nichts mehr. Der kann sich ja auch nicht verbessern. Yank ist auf Zielgerade. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Er kommt bei dem Auto aber auch nicht zurecht. Nee, ich glaub nicht. 2,2. Er hat mich noch vom Platz. Nur zwei Sekunden hinterm ersten. Rassaschit. Rassaschit. Ja, hat er gut gemacht. Vier vor dem Dackel. Das sind ja eins immer drunter mit einer Zeit. Ja. Ja. Ja, wenigstens hab ich meine Zeit. Ja. Ja. Ja, super. Wenigstens hab ich ja. Wie lang? 20 Sekunden warten. Ja. Schöne Strecke. Ja, Strecke schon. Auto ist auch geil, aber speziell. Ja. Schön, dass der Speedy und der Easy die gleiche Wagenfarbe haben. Echt? Ja. Ach, jetzt konnte ich nicht mehr sehen. Schade. Uh, dann würde ich sagen, geht's mit dem Rennen los. Leider fünf Runden. Jo. Wird also eine etwas längere Folge werden. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja, fünf Runden. Das ist ein langes anstrengendes Rennen, vor allen Dingen. Ja, ja. Ich bin auch schon total... Nackt tut auch schon alles total weh. Total verkrampft, ey. Ja, letzte Folge jetzt. Ja. Muss auch in sechseinhalb Stunden aufstehen. Oh. Hey, der Controller ist wieder am Start. Ich hab jetzt sowas nicht gut gehalten. Ich braue mich einfach nicht mit der Kiste Vollgas zu geben, ey. Oh, ich hab grad schön die KI versägt. Boah, Spigi. Boah, Spigi. Alter, du Hacker-Piege. Was selber. Ja. Ja. Weil du nicht... Ich hätte die Schikade nicht mehr... Ich hätte die Schikade nicht mehr bekommen, weil du mich gestreift hast. Ja, geh wieder vor, genau. Du warst Erster und ich hab wieder... Alter! Ja, die hat wieder... Und die KI ist wieder in erster Stelle. Was ist denn hier los? Der war neben der Strecke. Das war der Gang. Achso. Boah, bitte. Oh, Fass. Oh, Fass. Boah, Jep. Das ist ein Schwede. Ja, ist klar. Ich legte mich einfach voll aufs Dach wieder. What? Hat dich einer auf den Rücken gelegt? Ja. Ah. Das ist ein Schwede. Ah, Alter. Ich bin gar nicht klar. 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 Der Jakob schung der Ruh. Wartet mal auf den Film. Na, Quatt. I trock mal auf den Film. Oh, ah... Ich hoffe es ist keiner so gemeint, wir klopps in den Schikanen. Denk wenn ich nicht... Echt. Meld? Ah, ich habe sie vielleicht auch Zeit rausgedrängt? Das muss nicht scheiden. Ein bisschenigkeit. Der nicht melden. Aber ich ziehe von der KI richtig gut weg! Ich mach dich Zeit gut bei der KI! Ja, die sind im Qualifying Meisten stärker als im Rennen. Oh, endlich die Gerade. Oh, endlich Startziel. Welche Plätze seid ihr? Wahrscheinlich drei und vier, oder? Sechs. Nee, drei. Ah, fuck, da kommt ja die Schikane. Oh, jetzt habe ich zu viel gebremst, jetzt habe ich noch zu viel gebremst. Ich habe gerade so auf die Minimap geguckt, bist du direkt hinter mir, gell? Du bist drei. Ja, da. Ja, du kannst hier jetzt nicht mit. Ja, ich habe gerade, das Auto ist so. Jetzt bist du stehen geblieben. Ja, halt, ich kann hier kaum richtig Gas geben. Ja. 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 Ja, ich habe schon abgekürzt. Nee, das ist auch nicht geil. Ich bin mir auch nicht, ich bin vorne alleine. Aber ich habe gerade eine Schikane abgekürzt, was ich eigentlich gesagt habe, was kacke ist. Ich fahre jetzt ein bisschen langsamer. Aber wenn ich eine Gesellschaft brauche, dann komm hier. Ja, komm mal ran, komm mal ran, komm mal. Gib Gas. Wir sehen nur wieder hinten Platz 3, 4 und 50 über Haken. Ja, das sehe ich auch, aber ich komme ja auch einfach nicht auf die Strecke irgendwie. Du bist sechs, oder was? Ja. Aber ich muss mich so konzentrieren mit der Kackkiste hier, dass ich die nicht wegschmeiße. Das ist so schlimm. Bei mir geht's. Ich finde es toll. Wie gesagt, wenn man den wirklich ein bisschen mitübt, dann kann man den Magen sich gut beherrschen. Aber gut, bei dir ist ja eh noch was anderes mit deinen ganzen Fahrhilfen aus. Aha, aha. Das ist ja... Wahrscheinlich würde ich... Das Gas ist nur angelegt. Ich lege nur ganz leicht den Finger auf. Ja, ich auch. Ich auch, ich auch. Ich trecke gar nicht durch. Wahrscheinlich würde ich, wenn ich so wie du fahren würde, würde ich ihn nicht mehr auf der Boxengasse rauskriegen. Versteine ich so ungefähr. Na, aber vielleicht einen langen Grad lang drückt ich das. Oh, Lull. Na gut, dann ja, weil das andere... Und selbst das ist gefährlich. Das ist dann nur eine Bodenwelle, aber nicht bei Vollgas. Ja, habe ich warte. Ja. Ach, ey, hier ist jetzt wieder ein ganz Versuch. Ja, wir kommen an die zwei Ersperrens, da fahren wir nochmal ran. 1,8 Sekunden, wenn wir nochmal hinten ran. Geht noch was. Ja, da geht noch was. Die zanken sich gerade, das ist top. Nee, eigentlich nicht. Doch. 3 und 4 zanken sich. Achso, 3 und 4. Ich hatte 1 und 2. 3 und 4. Du bist 5? Ja. Achso, du bist ja nach hinten durch den Bereich geworden. Ja. Und schon wieder diese fucking Kurve. Oh. Fahre doch mal rechts. Fahre doch mal rechts. Warum fährst du denn nicht rechts zu Depp? Mann. Fährt er auf dem Rasen und fährt nicht mehr rechts. Fahr doch mal rechts. Ich habe Angst, dass mein Speed wieder abstürzt. Ich habe aber schon ein Auge da drauf. Die Kiste, das ist, da ist dein Sprechen wirklich schwierig, weil du wirklich ganz entspannt mit Gas angehen musst bei uns hier. Irgendeiner ist direkt hinter mir. Ich bin's jetzt nicht. Hinter der KI direkt. KI und irgendeiner ist direkt hinter mir. Wahrscheinlich der Jank. Nee, nee, ist hinter mir. Achso, das ist der Witte. Aber auf der Geraden lässt sein. Ja, der hat 100 pro Verhältnis, weil sonst fährst du die lange rechts, sonst fährst du die nicht so. Weil der ist die fast Vollgas durchgeknallt. Das klingt so abwertend. Ja, es ist einfach so, weil wir, ich seh's ja am Jank ja auch, dass wir, wir können, wir können diese langgezogene rechts, wir kriegen mit einem Schleichttempo durch. Das klingt so abwertend, aber es ist fair, dass er, wer immer hinter mir ist, die Schikane, der hätte mich eben schön in der Schikane beruhlen können. Und es ist fair von ihm, wie geil das ist. KI? Nee, es sind zwei hinter mir. KI ist direkt hinter mir. Ach nee, der Witte ist direkt hinter mir. Ah, ist KI wieder hinter mir? Die fetteln sich gerade hinter mir, direkt hinter mir. Ich will gar nicht den Rückspiegel anmachen. Nein! 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 Oh, fuck! Ne, Kai! Muss jemand wieder rankommen lassen? Einfach wieder irgendwo die Scheiße. Ich hab grad wieder Schikane verpasst, aber ich hab dann wieder lang weniger Gas gegeben. Dadurch konnte der Vitte wieder ranfahren. Hey, Vitte ist vor mir! Was? Dann ist der die KI direkt hinter mir. Dann ist der Vitte weg. Wo ist der denn hin? Keine Ahnung, das fährt direkt vor mir. Ah, danke KI! Alter, mich hat grad so die KI abgeschossen. Der hat sich an meinen Rädern aufgestellt. Danke, Prax. Na doch, aber er hat echt Glück gehabt, weil er hat durch Zeit verloren. KI. Ja, ja. Er ist links von mir gefahren und ist in mich reingefahren und hat sich an meinen Hinterrad aufgestellt. Ah, das ist scheiße. Ich hab beinahe die Kontrolle über die Karre verloren. Hä? Der Ernst, der kommt hier vor, nein, der kommt da hier, das ist so krass. Ihr nehmt die Landfahrt zu viel auf Gas. Ihr nehmt die schöne Streiterie, ihr guckt euch die Umgebung an. Ja. Schreibt Autokrame. Was mir so ein bisschen Angst macht, ich komm immer näher an den beiden ran. Ja, hast du gesehen? Oh, es gibt die Karre. Ich hab' die Karre grad stattiert, fast außer Kontrolle gekommen. Jetzt hat man natürlich schön Speed verloren dadurch. Und die KI überholt mich natürlich jetzt. Der jankt darauf. Der grad ins Auto ist wirklich gerade. Einfach weggeschmissen. Krass. Einfach weggeschmissen? Oh, dann liegt da ein Auto rum? Ja, der grad einfach. Im Müll? Das wird dann aufplatziert. Recycling? Ja. Also letzte Runde. Irgendeiner ist direkt hinter mir mit der KI zusammen. Ja, Hauptsache meine... Nein, schon wieder diese scheiß Schikane. Boah. Und? Ich schwank mich zu sehr. Okay. Nein! Nein! Boah! Schon wieder diese fucking Schikane. Entschuldigung. Oh, immer... Komm, ich fang wieder langsam, dass er wieder rankommt hinter mir. Sorry. Was weißt du so bei einem Spiel? Oh, der bitte hat er mich jetzt überholt. Ja, ich hab mich übersprach. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch rankomme. Oh, 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 oh. Oh, nee, nicht gegen die KI. Nicht, alter, die KI hat mich jetzt auch... Oh, jetzt lose. Ich krieg die Karte grad nicht im Griff. Jetzt hab ich sie... Oh, die KI hat mich grad noch richtig... Ja, ich hab grad in der... In der Sikane abgekürzt und hab ich sie wieder rankommen lassen. Und dann hab ich die Karte nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Und jetzt sind sie natürlich alle anderen vorbei. Bin ich auf dem Triften... Die ganze Zeit auf dem... Oh, oh. Auf dem Ersten gewesen. Ja, so läuft das manchmal. Äh... Dann kommt doch der Young hinter mir. Ich kipp... Immer wenn ich Gas gebe, zieht die Karte nach links. Ja. Das stimmt. Man! Wenn du so weiter machst, kriegst du ein Ossi-Kennzeichen. Da darfst du nur mit dem Bitterfeld Taxi fahren. Lol. Hast du grade... Ich will nicht in die Karte sagen! Ich will doch da nicht rein! Mann! Ich hab in die Box gefahren. Ja. Oh, fick dich doch! Ich krieg die Karte nicht in den Griff! Ich krieg die Karte! Ja, da, ja, da! Oh, ich krieg die Karte! Hey! Ja, ich... Ich hab Gas gegeben. Da hat's mich rechts in Richtung Box. Da muss ich natürlich wieder raus. Und da hat sich das Auto links-rechts so aufgeschaukelt, dass ich den nicht mehr spiele. Eins gegen den Rest der Welt. Du hast eine Trophäe erhalten. Ja, hab ich auch gekriegt. Alter, ich war auf dem ersten Platz. Leckt mich doch die... Zwölf Sekunden Rückstand. 16. 25. Verlieg ich's mal abzuholen. Verlieg ich's mal abzuholen. Vintage F1B. Ah, gut. Also, ich mach jetzt hier Feierabend. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich muss dringend aufs Klo. Ja. Dann würd ich sagen, wir haben's wieder die Folge. Wer euch das Video gefallen hat, würd's mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Ich bin Raussack, ciao Servus. Und das letzte Wort gehört den anderen. Bis dann, ciao. Ciao.